Mann! Was ist denn schon wieder los hier? Hat man nicht einmal seine Ruhe! Ich sag es euch, der ewige Stress hier, der bringt mich noch eines Tages um. Dirk, entspann dich. Ich bräuchte noch ein Autogramm von dir. Mein Kumpel ist ein riesen Fan von dir. Sehen Sie, Lukas, für mich sind diese Schäfchen hier, die täglich rein- und rauslaufen, ihre Arbeit verrichten, sich ab und zu ein Köttel herausdrücken, immer an erster Stelle. Verstehen Sie? Ich bin kein böser Wolf. Ich bin so eine Art Hütehund. Ich beschütze die Herde. Ich halte sie zusammen. Tere, ich hab keine Ahnung, wovon Sie reden. Nun ja, ich wollte das Ganze mit einer spritzigen Metapher einläuten. Aber gut, okay, kein Problem. Dann reden wir beide eben Tacheles. Wenn das Ding morgen früh durch ist, dann mache ich Sie zum Senior Creative Art Director dieser Abteilung hier. Dann sind Sie Chef. Wie finden Sie das? Wow. Also echt. But that's ... ... ... ... ARD Text im Auftrag von Funk